Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Das ist leider auch so ein bisschen neblig, ne? Das ist ein bisschen kackig. Das war eben gerade tatsächlich besser. Ich habe, glaube ich, gerade einen gesehen. Unten aber schon bei den Garagen, bei dem kleinen, äh... Ich weiß nicht, wie das Gebäude da heißt. Ja, ja, ja. Kennst du diesen Raum, wo du die Garagen links, wo du die Tür aufmachen kannst? Ja. Da sind welche. Zwei Stück, glaube ich. In dem Häuschen drin hier. Ne, in der Garage. Ne, bei der Garage. Beim Gully Exit oder bei... Bei den Garagen. Bei den Garagen drin? Bei den Garagen drin, genau. Diese langen, langgezogenen Garagen. Da ist ja links quasi, wenn du an der Mauer langläufst. Da ist ja dieser eine Raum, wo auch der Panzer drinsteht und eine MG und was hier alles. Du musst dann ausschließen, ja. Genau. Da hast du dieses... Genau, zwei Stück habe ich gesehen. Leider too late. Nur eine Person gesehen, hat aber ein bisschen mehr... Zwei Personen? Ja, ja. Ah ja, jetzt sehe ich, ne? Ich... Ja, einer tut. Mit Buddy oder mit Head? Mit Head schon. Krass. Der wie ein Bild. Kannst du dein Leichen noch sehen durch den Schlitz oder so? Nein, das wird schwer. Oh mein Gott, Alter. Guter Schuss, wirklich. Oh, der ist mad. Der weiß nicht, was passiert ist. Ja, gut. Ich habe halt keine Silenced-Waffe, ne? Das ist schade, ja. Aber ist nicht schlimm. Aber S490 macht echt Spaß mit dem, die keinen Trigger-Delay mehr hat, übrigens. Der hat noch einen Kollegen, denk dran. Ja, ja, klar. Vielleicht nicht einsehbar, ne? Überhaupt nicht einsehbar. Ich habe einfach... Ich habe ihn gesehen... Ich glaube, da läuft jemand hinter, parallel. Ich weiß, es könnte ein Bot gewesen sein. Okay, okay. Hinten in dem Feld, weißt du? Ja. Also hinter der Garage im Feld. Ich habe ihn halt links gesehen und habe halt einfach gewartet quasi, dass er da langkommt und ich habe einfach geschossen. Das ist so timing-mäßig. Ich habe mir auch sowas vor, aber da standst du für Bums. Schön. Ich laufe... Ich laufe hier rum, ja. Ich bin um mich einmal ein bisschen weiter unterhalten, dann kann ich ihn vielleicht besser reinschauen. Auf mich wird geschossen. Oh fuck. Ich habe nichts gehört. Ja. Das ist Silence von weit weg. Siehst du immer noch? Vermute ich von einem der Türme, würde ich sagen. Ja, ich gucke gerade in den linken Turm. Da ist er nicht. Geh mal ins Radar rein. Yes, yes, yes. Bin im Radar drin. Vielleicht ist er auch einfach zum Gebäude gegangen und schießt mitten aus dem Gebäude raus. Ich habe, glaube ich, was gehört, ja. Wirklich? Oh nein. Oh nein. What happened? Hörst du mich? Ja. Ich glaube, mein Spieß ist gecrasht und ich stehe oben im Fenster. Oh no. Oh mein Gott. Ja, Unity. Oh Gott, nein. Oh ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklicher. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er ist tatsächlich im Fenster drin, ja. Warte mal. Ich könnte den eventuell mit einem weirden Pee, könnte ich ihn kriegen. We can do this. Muss nur den richtigen Winkel kriegen. Aber ich habe ihn gesehen. Okay. Ich habe ihn. Wo war der da? Er war quasi links an dem Fenster, was zu uns gerichtet war. Mit den ganzen Sandsecken drin. Schön, Mann. Sehr schön gespielt. Das dürfte er gewesen sein. Aber ja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber er hat auf jeden Fall die ganze Zeit zu dir hoch geguckt. Also er war das auf jeden Fall, der auf dich geschossen hat. Allein vom Winkel würde es passen. Oh ja, zwei Juicy Boys laufen gerade in das Gebäude rein, wo ich den Typen drin erschossen habe. Mit dicken Rucksackern. Ja, sind sie. Fuck. Ich gehe mal ein Stück zurück. Die looten gleich meinen... Ah, der hat mich gespottet. Drei Stück laufen rüber. Rechts. In der Mitte sind jetzt. Laufen ein Stück weg nach hinten. Den. Sind jetzt in der Mitte der Container. Bist du im Gebäude drin, ne? Ja, ich bin hier so außerhalb. Hast du geschossen gerade? Ja. Oh je, die sind wirklich juicy. Pass auf. Meine Nades. Ich gehe mal durch den Zaun, ja? Ich nehme jetzt einen Abstand nach oben. Ja. Ich nade und gehe jetzt einfach komplett auf die andere Seite. Ich bin in den Turm von dir. Okay, okay. Ich komme komplett von der Seite. Wir rennen rüber ins rechte Gebäude. Okay. Jetzt gut, jetzt gut. Einer ist hier noch bei mir. Einen habe ich. Gute Arbeit. Ich laufe jetzt wieder komplett zurück. Bleib nicht in dem Gebäude hier drin. Ich bin berg oben. Yes, yes. Ich laufe jetzt wieder an das Gebäude ran, wo wir eben gerade uns zusammen getroffen hatten. Ich bin jetzt mittlerweile oben, ne? Ja, ja, okay. Ich bin jetzt mal bei dir. Ist okay. Ah, na, okay, dann bin ich wieder ready. Dann hast du hier gleich auf dem Vordacht irgendwo pieken oder so. Da warte ich ehrlich gesagt drauf. Ich muss doch was essen. Das wissen wir halt nicht, ob wir jetzt einen von denen erschossen haben oder halt den dritten von dem anderen Team. Ich würde sagen, einen von denen. Keiner auf dem Vordacht. Okay. Ich glaube, ich habe einen ganz oben auf dem Dach gesehen von dem Gebäude. Okay. Not sure. Laufen rüber. Mitte jetzt einer. Ich sehe sie nicht. Zwischen den Containern. Ich weiß nicht, ob der schon weiter links drüber ist. Fuck. Ja, ist er. Wir sind da, wo meine Nades hochgehen. Ich sehe ihn. Hast du ihn? Ne. Grüner, grüner Container, glaube ich, hinten. Ja. Bitte kein Headshot. Bless Chat. Bless RNG. Ich habe mir noch so einen Augen verloren. Da habe ich eine genaded, aber wahrscheinlich nicht. Er sah so aus, als hätte er sich komplett nackt gemacht und wäre rüber gelaufen. Vielleicht wird es nicht richtig angezeigt. Davon gehe ich auch eher aus, ja. War nur ein Hedgy beim N. Hedgy gegen Skeff bei mir hier. Hast du mal Angst gekriegt? Hm. Da stehen ein paar Bots an der Tanke. Die gucken alle zur Tankstelle. In die Tankstelle hinein. Als wenn da was drin ist. Die gucken zu dir, glaube ich. Das kann sein. Oder das ist deren Art, sich umzugucken. Eine Art Spotten. Ich habe den ersten. Auch ungelootet von den anderen Leuten? Ja, der war jetzt noch ungelootet, ja. Der erste, den ich erschossen hatte, mit dem Snip, der ist schon gelootet gewesen. Ja, ja. Das war aber auch abzusehen. Richard, die verlieren den Freund. Und seit jeher ist Ruhe hier, ja. Bots tummeln sich jetzt übrigens wieder auf der offenen Fläche. Naja. Also wenn da was drüber rennt, schießen die Bots auf die. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Typen bei den Container vielleicht sogar geschützt habe. Ich habe perfekt eine Nate davor geworfen. Zum Eingang hin. Du kommst nur reingelaufen, anstatt durchgelaufen. Das war nicht von mir. Ja, das war weit weg. Das war irgendwie hinter dem Bahnhof da. In den Bahngleisen, meine ich. Ja. Ich glaube, die sind die ganze Zeit angepisst, weil die da halt rumschießen da. Was auch immer da rumschießen. Oh, was läuft da? Da rennt ein Bot. Sprint mit einem Bot bei Scafflands rum. Okay. Mein Spiel lag gerade, wie sonst was. Ich laufe mal einen weiter. Lass mal den Scheiße von dem Typen hier liegen. Das ist meine Schnipper. Ich gehe mal in das Gebäude rein, wo ich den Typen erschossen habe. Den zweiten. Okay, so verstanden. Heißt, dass du gehst wieder in die... Ich bin jetzt in... In das große... Da ist ein Pferdchen an der Seite. Ja, genau. Das linke davon. Von dir aus. Genau. Das weiße Pferdchen. Das andere ist übrigens das schwarze Pferdchen. Häus gegenüberliegend. Okay. Selbst der wurde hier schon... Da läuft jemand oben im Haus rum. In welchem? In dem schwarzen Pferdchen-Haus. Oder? Ich habe den gerade... Ne, das ist irgendwie ein Bug. Ich kann durch das Haus durchgucken. Ich glaube, da läuft jemand aus der Straße im Bot. Aber... Also, macht keinen Stress. Der andere wurde auch schon ausgezogen. Wahrscheinlich von den Skeffs, die du da gesehen hattest. Kann ich mir gut vorstellen. Gut möglich. Kann wir ja gleich nochmal checken. Die liegen da noch. Ich gehe noch nirgends wo hin. Ja, deswegen wollte ich hier eigentlich noch rein. Aber hier ist keiner sonst. Da rennt ein Bot irgendwie im Skeff-Lens. Wie wild los. Warum auch immer. Typ ist crazy scheinbar. Genau, direkt am Panzer. Da liegen zwei Leichen, ja. Ja, der hat mein Gear. Niemals. Der hat mein Airframe auf und so. Ja, klar. Niemals. Ja, ja. So nicht, Monsieur. So nicht. Oh, Vorsicht. Geht das auf dich? Nee. Aber du weißt, wo das ist, ne? Ja. Gib ihm. Irgendwie ist nur ein Teil da. Als hätte schon irgendwer anders die gelootet. Vielleicht die Typen, die wir da gesehen haben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich kann mich nicht richtig hinlegen. Ich will nicht aus der Hacke schießen. Moment. Wo war das? Wo war das? Wir haben Steps gehört. Um. Hm. Ja, er hat gewartet, dass die Tür aufgeht. Dani, ich glaube, ich habe die Boys gefunden. Du weißt, ich sagst du mein blöder Scherz, als du mit mir da oben standest, weil du flüchtest mit mir, aber du hast ja keinen fucking Paracord dabei. Richtig. Ich Idiot. Ja, ja. Kein Problem. Einen habe ich schon. Einen habe ich schon, aber ja, da ist noch einer. Das sind die hundertprozentig. Okay. Make them dead. I try my best. Das ist die Tür. Na gut, scheiß drauf, habe ich nun verreckt oder nicht. Hallo, Menü aufzuleggen. Dankeschön. Immer noch nicht. Jetzt Allah. Ja da. Genau da. A few moments later. Hold your fire. Uh... Warum gehst du nicht raus? Ich hasse diesen Exit-Scheiß-Gekämpfe-Pisse. Weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich gebe einen Fick drauf. Soll er seinen Scheiß da machen? Er soll seinen Scheiß machen und ich nehme den Normal-Exit. I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Okay, I'm on it. Raider. Macht halt keinen Sinn, gegen den unten zu fighten. Er hat einfach den viel krasseren Vorteil, weil er im Exit sitzt, wo ich halt raus will. Und... Wozu? Macht halt für mich keinen Sinn. Jetzt finden wir übrigens daraus, ob ich noch einen genaded habe. Okay, ich habe generell keine Dock... Warte mal. Nee. Ich habe keinen genaded. Alter. Genaded habe ich leider niemanden. Aber ich glaube, das waren die. Die sind hinten aus dem Gebäude raus und sind dann bei der Schule runter in den Keller. Glaube ich auch, ja. Und kam mir da entgegen. Und kam mir da entgegen. Und dann kam mir da потом.